1 zu 1 Router Erwin Hofer und bringt den Kamerun an, der kommt damit zu seinem Bundesliga-Debüt. Irgendwann schon gerade angesehen haben und bestätigt haben, dass der Assistent richtig gelegen hat. Bewegungsfähig. Mit der Ecke, da kommt das Fenster, aber gerade kaum noch ran. Da gibt es sogar die Abschlussgelegenheit, die Marco Hausjel mit dem schwächeren Fuß auslässt. Wie der Christian Gartner, dem wünsche ich vor allem mal eine verletzungsfreie Zeit. Wer hat das so schwer? Ja. Wer hat das so schwer?